Das hatte Peter Biestron für die AfD-Fraktion. So, jetzt kommt Herr Biestron dran. Meine Güte. Sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen uns heute mit einem sexistischen Antrag von Claudia Roth und ihrem Künstlerkollektiv beschäftigen. Ich trenne bewusst zwischen den Autorinnen und dem Rest der Fraktionen, denn einigen Grünen ist dieses Elaborat peinlich. Wir werden gleich sehen, warum. Kostprobe aus dem Papier. Frauen und Mädchen werden in allen Regionen der Erde diskriminiert. Ihnen werden gleiche Rechte verwehrt. Und es wird verhindert, dass Sie politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich gleichberechtigt teilhaben können. Das schreibt eine Frau, Vizepräsidentin eines Parlaments in einem Land, in dem seit 13 Jahren eine Frau regiert. Frau Roth, schlagen Sie Grundgesetz nach. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Frauen werden nicht in allen Ländern der Welt diskriminiert. Sie und Frau Merkel sind die besten Beispiele dafür. Oder wurde etwa Angela Merkel zum achten Mal nacheinander zum mächtigsten Frau der Welt gekürt, auch strukturell diskriminiert und an der gleichberechtigten politischen Teilhabe gehindert? Von wem denn? Helmut Kohl, Roland Koch, Friedrich Merz, Christian Wulff oder Wolfgang Schäuble? Ja, ja, es gibt Länder, in denen Frauen durch mittelalterliche patriarchalische Strukturen unterdrückt und benachteiligt werden. Es sind allesamt islamische Länder. Und das verschweigen Sie in Ihrem Antrag. Das passt nicht zu Ihrer Ideologie. Sie selbst, Frau Roth, haben Ihren Antrag völlig wertlos gemacht, indem Sie sich im Iran diesen Strukturen unterworfen haben. Anstatt, die Mut, anstatt, verwachen Sie, jetzt... Entschuldigung, ich werde nachher darauf eingehen, dass das... Dann stoppen Sie jetzt die Zahl, wenn Sie mich unterbrechen. Stoppen Sie die Zahl, jetzt werde ich strukturell benachteiligt als Mann. Also, bitte, Ihre Einwürfe. So, Herr Bistron, ich versuche hier, die Sitzung zu leiten. Ich bitte Sie, ich bitte, wenden Sie sich an die Kolleginnen und Kollegen. Und ich werde dann gegebenenfalls auf Ihre Geschichten antworten. Frau Roth, es gibt hier schon Diskussionen im Hause, dass Sie der Rolle als Vizepräsidentin nicht gewachsen sind. Sie bestätigen, das ist jetzt noch Thema. So, wir werden diese Äußerung von Herrn Bistron selbstverständlich im nächsten Ältestenrat befassen. Wer hier würdig ist und wer nicht würdig ist. Und ich bitte Sie jetzt, in Ihrer Rede fortzuführen. Sie selbst, Frau Roth, haben Ihren Antrag wertlos gemacht, indem Sie im Iran den Frauen in den Rücken gefallen sind, die ins Gefängnis gesteckt werden, wenn sie auf der Straße ohne Kopftuch gehen. Sie haben mit den Mullahs paktiert und dabei auch noch das Symbol der Unterwerfung, das Kopftuch, aufgesetzt. Das ist feministische Politik à la Claudia Roth. Was feministische Politik à la Angela Merkel bedeutet, sehen wir in den letzten vier Jahren. Brexit zerstört der EU, das gemeinsame Europa gespalten und Deutschland international isoliert. Meine Damen und Herren, Sie sehen selbst, dieser Antrag ist ein Missbrauch des Parlaments für kulturmarxistische Propaganda. Die Autorinnen wollen sich lediglich mehr Geld und Macht sichern mit Quoten für Jobs, für die Ihnen die Qualifikation fehlt. Und Frau Roth, Sie wollen einen Paradigmenwechsel? Ja, den sollen Sie haben. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, denn die Alt-68er haben in den letzten 50 Jahren genug Schaden angerichtet. So wie Frau Merkel Europa spaltet, spalten Sie unsere Gesellschaft. Sie hetzen Frauen gegen Männer auf. Homosexuelle gegen Heteros, Weiße gegen Schwarze, Behinderte gegen Nichtbehinderte. Wir brauchen keine Spaltung, wir brauchen keine Quoten. Ein Staat treibt Außenpolitik, um seine Interessen zu vertreten. Nicht die Interessen seiner Frauen, sondern die Interessen aller seiner Bürger. Wir brauchen daher eine verantwortungsvolle Außenpolitik für alle Bürger dieses Landes und im Moment am meisten für einen Mann, für Billy Six, den Sie im Gefängnis verrotten lassen. Frau Roth, ich spreche daher für jeden Einzelnen unserer Wähler. Über 8 Millionen Menschen lehnen ihren Antrag geschlossen ab. Nächste Rednerin in dieser Debatte, Michelle Müntefering für die